Wenn da einer ist, kill keinen. Versuch du mal da drauf zu kommen. Ja, warte, ich versuch mal. Du musst das dann... Warte, die haben das auch zu zweit gemacht. Einer hat das immer repariert und einer ist ran gesprungen. Versuch das mal. Ja, dann müssen auch die anderen Bretter alle weg. Ja, warte. Musst du dich dann irgendwie ducken oder einfach nur... Ja, ja, ja. Nein, nein. Also ducken dann oder was? Und der zieht dich dann da so rein. So, warte, der macht jetzt erstmal alle anderen Bretter weg, warte. Wie will der dich da reinziehen? Ja, pass auf. Mach dich bereit. Pass auf, wenn das weg ist... Warte, warte. Ah, jetzt hat er das da... Der zieht halt alle sozusagen weg, alle anderen Bretter. Ja, also du sitzt... Du sitzt auf diesem Brett hier. Auf dem sitzt du sozusagen, ja. Und dann zieht er dich da so rein. Wenn er das wegnimmt, weißt du? Pass auf jetzt. Also, warte. Mach gar nichts. Lass mich mal. Da sind jetzt zwei. Mach mal einen weniger. So, warte. Ich repariere das jetzt wieder. Wir müssen halt erst... Ja. Das ist Glückssache. Also, der zieht erst alle anderen Mac, also die alle müssen er wegziehen. Und wenn er das hier wegzieht, dann musst du es halt wieder ran switchen. Weil der hat ja dann die Hand, dann zieht er ja keine weiteren weg, weißt du? Also, das geht schon. Ja, von wann hast du das gesehen? 1900 oder was? YouTube. Ja, von 1900 oder 2000. Nee. Das geht auch noch. Dann musst du einfach nur dran springen. Oder dann ducken. Nein, du musst hier sprinten und dann ducken gleichzeitig. Also, das geht jetzt nicht, weil er die anderen sind. Aber du kannst dich da draufsetzen. Ja, verbiss ich mal da. Ja, da. Musst du dann weiterlaufen oder nicht? Ja, schon. Einfach mal weiterlaufen. Warte mal. Du kannst ja auch sprinten und dann... Aha. Ich mache dir diesen Sprung hier. Ja. Ich glaube, mit dem Sprung geht es nicht. Ja, warte. Wir versuchen das jetzt mal. Mal gucken, ob das geht. Wie gesagt, dann kannst du da rumlaufen. Und dann probiere ich das auch. Ja, schön. Die Kiste, ne? Ja. Geh da hin. Da ist einer. Was habe ich denn? Boah. Geh den nicht. Pass auf. Da sind viel Zombiel und wie ich. Ja, warte. Warte, lass erst mal alle killen außer den Zombie. Alle. Ja, dann muss ich das aber immer wieder zumachen, warte. Na ja, natürlich musst du das nicht. Oh, was soll ich denn das mit dieser Farmers? Mal so auf hinter dir. Ja. Noll, warum bist du jetzt tot? Geh nicht zu nah an die Tür, wenn du den schießt, Junge. Schieß doch nicht mit der Tür. Wir brauchen die noch. Ja. Na gut. Jetzt kommen hier, glaube ich, nämlich keine mehr. Doch, doch. Doch, einer haben wir wieder hier. Ich bleib mal bei der Tür. Also du musst auch noch aufpassen, ne? Pass auf, hinter dir immer. Ja, ich weiß. Jetzt habe ich dann natürlich eine scheiß Waffe genommen, ne? Okay, wir haben wieder eine. Na gut. Dann hebt er jetzt auf. Das ist machbar. Ich weiß nicht, ob das noch machbar ist. Doch, doch. Alter, warum kommt denn hier als noch? Das ist ja gut. Du kriegst doch Punkte, ist doch gut. So. Konzentriere dich einfach auf den da. Ja, mach ich da. Aua. So, also bei mir scheint jetzt erstmal keiner zu kommen. Doch. Oh, da kommen immer noch welche. So. Dann kannst du überall rumrennen sozusagen, oder? Ja, du musst aufpassen. Du kannst ja wieder runterfallen. Ja, können die dich auch angreifen? Die ignorieren dich doch dann, oder? Ja. Natürlich. Wäre ja schon nice, ne? Du kannst da oben chillen, bis du vergammelst. Ich müsste halt dann deine Aufnahme sehen. Dann müssen wir das mal mit dem Steam ausprobieren. Weil, dann kann ich dir sagen, wo du hinspringen musst oder sollst. Weil, es ist nicht ganz egal. Was denn für ein Steam? Ja, die Übertragung. Zu gucken. Achso. Ja. Weißt du? Ey, wie viel kommt denn dann noch? Please, am besten. Fast. Schnell. Ja. Hier ist keine Munnen. Ich habe keine Munnen. Nein, 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 nein. Du musst aufpassen. So, jetzt haben wir es, glaube ich. Ja, also. Jetzt pass auf. Jetzt lässt du den Alice erstmal abreißen. Warte. Wenn du das da unten abreißt, dann musst du halt wieder reparieren. Pass auf, ich zeig das. So, jetzt reißt du das hier ab. Jetzt machst du das so. Dann streck dir jetzt auch seine Hand raus. Jetzt reißt du das wieder ab. Also musst du Glück haben, oder was? Das ist nicht so. Ja, ja. Guck, der reißt meistens dann immer andere Sachen ab. Der macht doch erstmal nur eins. Achso, ne, geht ja nicht. Ja, doch, warte. Immer eins dran wollen. Guck, eins abreißen, eins wieder dran. So, jetzt pass auf. Jetzt reißt du das da unten ab, wahrscheinlich. Ja, war klar. Ja, jetzt hat er das wenigstens von der Seite weg immer. Jetzt hat er das wieder nach oben. Dann musst du dich beeilen, oder was? Ja. Jetzt. Mal gucken, der zieht dich dann da so rein. Nein. Warte. Warte, warte, lass mich mal. Lass mich mal. Ja, lass mich mal. Warte, warte, nicht alles. Nicht alles. Ja, ist doch nicht alles. Mach wieder eins hin. Einfach nur kurz drücken, weg. Scheiße. Genau. Mach nochmal zwei hin. Ja. Ja. Ah, fuck. Jetzt kommt er raus. Auf jeden Fall geht das. Das Video musst du mir mal zeigen. Ja. Der wurde dann halt reingezogen und ich zeige dir jetzt mal, wo der sich rumlaufen konnte. Und zwar, der kann hier halt rumlaufen. Ja, ich bin schon wieder unten. Hast du die Tür jetzt aufgenommen? Nein, natürlich nicht. Dann komm herher. Ich bin da wieder jetzt im Kinosaal gleich. Wo läufst du denn lang? Hier bist du da. Also, guck, hier oben kannst du rumlaufen dann, ja? Du bist dann oben bei der Tür sozusagen da. Das ist ziemlich geil. Du kannst hier rumrennen. Hier. Da oben. Und du kommst da halt raus. Das ist halt nice. So, der braucht jetzt also Money. Oh, ich hasse es, wenn so ein Scheiß-Dings neben dir explodiert, ne? Jetzt müssen wir den beschützen, weil der keine Money hat. Ja. Ja. So sieht's aus. Die Kiste ist nämlich auch schon mal hier. Ja gut, dann geh du hin. Moment. So, ja, macht man das, so macht man das, ja? Und dann hilft man dem schnell. Ich mach das, mach das, mach das, mach das, oder? Ja. Oh, kurz nachladen. Und ich lass den kurzen Schalter holen. Alter, nein, helf mir! Boah, Junge, das war das. Warum ist das? Ja, das war knapp gerade. Pass auf, hinter dir alles. Ja, der hat ja zum Glück genug Geld. Tja. Ich kann halt nicht schnell genug zu meiner Waffe, dann wechseln zu meiner Donner-Kanone. Das Problem. Ich muss auch mal hin. Das hab ich mal gepuncht, das Ding, das ist geil. Findest du? Du hast fünf Füße hintereinander, kannst... Ja, toll. Ja, die Farmers... Wie gesagt, die Farmers ist schon nice, die Englisch. War der der Pika. Was ist da? Oh, das Ding ist raus, nicht. Da sind wir noch. Alter, wie viele Zombies der hinterher sich hat? Ich weiß nicht, mit der Dings-Railgun machst du nicht so viele Punkte. Machst du auch nicht schon. Du trennst die sozusagen nur. Deswegen finde ich die nicht mehr so geil. Damals fand ich die geil. Ja, damals war das irgendwie voll geil, wenn du die hast, weil die so selten oder schwer bekommen war. Ja, die weltberühmte... Weltberühmte Railgun. Aber guck, schon ist die Farmers leer. Bekommen und schon ist die leer. Ich glaub, ich geh jetzt gleich hoch und punch die. Oh, RPK. Geil. HK, Donnerkanone, RPK. So hätte ich das gern immer. So lieb ich das. So lieb ich das. Ich geh jetzt auch gleich hoch. Und die wundervolle Weiß, ich hoffe. Next round, Teleporter. Oder sagen wir mal... Beginnts the next round, äh... The Teleporter. Punch my Waffe. My weapon. Waffe. Ich hab drei Waffen, aber keine Munition dafür. Ja, deswegen hab ich gern diese zwei Dinger. Ja, ich versuch jetzt auch mal mein... I need money. Sniper. Soll ich die eintauschen? Ja, ne? Ich tauschte erstmal ein. Gegen? Aug. Ja. Ja, Junge, ich brauch noch... Ich will auch die Pins. Und... Ach. Ja, ach. Galia. Nice. Die heb ich auf, Junge. Nice. Dog, dogs. Jetzt... Railgun. Da hab ich grad von reden, ne? Ah. Ich find die nicht mehr so gut, wie gesagt. Ich will jetzt eigentlich nur noch die Äffchen haben. Ja, die Affen werden auch geil. Ich überleg vielleicht, ob ich meinen Bogen nehme. Gegen die Donnerkanone. Weil die wär auch geil. Der Bogen. Der Bogen. Ach, den... Doch, wenn du den punchst, macht er einen Ton wie die Affen. Und kommen alle Zombies auf den Bogen. Ja, ich weiß, aber das ist nur für kurze Zeit. Ja, das ist halt schon gut. Railout. Alright, 20. Teleporter. Teleporter. 19 ist erst. Nein, jetzt kommt 20. 19 ist jetzt. Jetzt kommt 20, du Spass. 19? 20, du Spass, die... I can go. Was? Who can go? I need money. Lol. Egal. Ich will ja nur meine Waffe punchen. Ich will die Kalier punchen. Und... Die AK ist eigentlich auch geil. Komm, 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 komm. Oh, Junge. Bist du drin? Ja, aber grad so. Aber wo ist der Typ? Der ist nicht dran, hat er doch gesagt. You can go. Ah. Aha. RPK. Wie du da stehst mit der Donnerkanone. Gut, ich hab jetzt erstmal Muni für die, also und daher. Railgun. Alter, was geht denn da ab? Soll ich die Railgun? Ja, komm, ich mach auch mal die Railgun. Scheiß drauf. Oh, Alter, fast hätte ich sie nicht mitgenommen. Oh, das wäre nicht so gut gewesen, ne? So. Gucken wir doch mal, was hier abgeht. Das hast du jetzt aber nicht von der, oder? Was? Von dem Vibe da. Hihau! Wow. Instant! Ich hol mir auch, glaub ich, das Messer dann jetzt. Das Messer? Ja, das ist das. Ich hol mir das nie. Doch, das ist neues. Guck, ich hab immer noch kein schnelles Nachladen. Ich brauch das nicht. Ich brauch das. Tuggernaut, Double-Tap, schnelles Nachladen und drei Weapons. Ah, gut. Jetzt eine Railgun. Halt bei Gelbe Uncut. Damit machst du halt, ne? Ganz viele Croucher. Alter, wie viel hat denn der? Was? Zombies. Clermore hole ich mir dann auch immer gerne. Ja, weißt du, wie du die stocken kannst und sammeln kannst? Wie denn? Ja, du nimmst die und kriegst ja jede Runde neu. Ja, ich weiß. Ja. Du musst aber schlau. Ja, und dann hast du dir irgendwo hin an den Rand, du bist. So ein bisschen, ich schätze den anderen Sammel, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, das ist so. Was zu mir nicht zu sagen. War geschützt, man schießt mich nicht. Ach, Jus, Teleporter, nein, wie so geschieht es wieder hoch. Du bist aber einschmacken. Ja, ich wusste ja nicht, dass der wieder aktiviert ist. Wieso kannst du die Waffe nicht mehr punchen? Ja. Man kann die Waffe nicht mehr punchen, oder was? Ja, in Black Ops 2 geht es ja auch. Du kannst nicht mehrmals punchen. Ja, und dann, was fängt dir das? Ich glaube, nur anderes Visier und so. Aber stärker davon werden die jetzt nicht. Feierst du ja. Brauche ich zwar nicht, aber mal gucken, was es so gibt. Mal gucken, ob ich eine Dings finde. Nee. Ich brauche die Affen. Oh, hier ist der Revolver. Und AK brauche ich. The Revolver. Junge, der ist... Du leckst gerade, ihr willst. Was? Warst du down? Ja. Ich hätte auf einmal den Mega-Lag gehabt, Junge. Ja, man hat es doch gar nicht mehr verstanden. Hast doch genug Points. Dafür wollte ich es nicht ausgeben. Lass mich mal. Lass mich mal. Heb einen auf, wenn einer krascht. Ja. Alter. Wo ist die Kiste? Draußen rechts. Also, wenn du im Dings-Theater bist rechts, da die Tür an den einen kleinen Gang. Weißt du, wo raus zum Double-Tab geht. Ja. Nur mal so als Tipp, Leute, wer die Karte nicht lesen kann... Mach mal... Teller. Ihr müsst... Ja, hat er schon. Ihr müsst euch die Karte einfach anders herum stellen. Zum Beispiel, so rum steht ihr. Und dann ist dieser Raum... Und dann ist dieser Raum... Ja, zu eurer rechten Seite. Da müsst ihr euch vorstellen, dass ihr genau so steht. Dann ist rechts. Dann ist da die Kiste. Ist die Kiste da? Alter, guck mal, wie viel wenig Money ich auf einmal habe. Na ja, fällt den ganzen Scheiß ausgehen. Kommando wenigstens, das lasse ich jetzt... Ja, ich probiere noch mal einen Blick, weil wir gucken... Ja, gut. Jetzt kannst du killen. Entschuldigung, würde ich... Oder warte... Warte. Ich glaube, er macht's. Er schießt auf jeden Fall mit der Railgun. Jetzt geht er zur Kiste wahrscheinlich. Ach, hier ist der Letzte. So, ich will ihn jetzt killen, oder nicht? Ja, kill ihn. Guck, ein... Ein Knife mit dem Messer... Guck es dir nochmal an mit dem Messer. Hier. Ja, cool, ne? Wow. Er hat ja wirklich einen Sniper genommen. Ja, toll, danke für die Glamo. Na ja, die, ich glaube, ich fand sich aber auf jeden Fall die Kommando. Die ist nice. Hast du die jetzt auch, oder? Ja, ich hab doch verloren. Irgendein Scheiß-Hammer-Mega-Lack. Du hast verloren. Was muss ich da? Da bist du ja schon wieder. So schnell warst du oben. Hä, das war... Ich bin gar nicht oben. Ach dann, das ist der Typ gewesen. Der auch. Oh, 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 oh. Immer Headshots verteilen, ne? Der hat seine Sniper jetzt gepuncht. So nice. Einmal meint. Na, will ich nicht machen, aber naja, gut. Alter, ich verteile nur Headies. Ich finde das Visier einfach von der Kommando einfach hammergeil, ne? Reloaden. Reloaden. Ja, das passt sehr gut. Mach. Warte. Ach so. Alter, warum sind mir so viele auf M&A? Tja. Du rinnst da unten deine fröhliche Runde, oder was? Das ist schon unten, ja. Das ist das einfache in den alten CODs mit Zombies, nicht mehr in Advanced Warfare, weil hast du das ja mal gesehen, ja, ne? Das ist ja, dass sie nicht mehr ihre Linie laufen, sondern laufen sie wirklich so lang, wie sie gerade Bock haben. Und das ist diese schwierige. Was ist? Teleport. Bin dabei. Erstmal wieder ein bisschen Money machen. Was macht der denn jetzt? Ich weiß noch damals, äh, ohne. Was? Jo, ist ja gut, ist ja gut. Weißt du, immer wenn ich zocke, fuckst du ab oder jemand anders, weil dann schreiben sie immer, dann spammen die immer mir alle auf einmal. Facebook, WhatsApp, alle. Ja, musst du muten. Ja, auch wenn ich's... Ja, guck, wenn ich's mute, dann, ähm, vibriert das ja immer nicht. Dann so, ja, jetzt chill doch mal. Ihr fuckt immer so ab, irgendwie, als würdet ihr das spüren oder so. Der hat jetzt nicht ein Affen geworden. Ich frag mich, Sniper, Junge, Sniper. Warum? Könnten wir nächstes Mal ja auch mal. Sniper Challenge. Einfach eine Weapon Challenge. Nein, Sniper Challenge. Sniper Challenge, was denn für eine Sniper Challenge? Ja, wir nehmen beide Sniper. Das ist doch keine Challenge dann. Doch. Darfst du nur mit Sniper spielen. Also auch mit anderen Waffen, aber hauptsächlich mit Sniper nutzen. Hm, wow. Du wirst du keine Muni mehr hast. Ja, und? Ja, was leckt das denn so ekelhaft als? Meine Fresse. Nun, du hast einen 55er Ping jetzt. Das ist... Alles gut. Alles gut. I don't I don't wanna play play a game oh hey zombie was macht er da eigentlich versucht er da zu glitchen oder was wahrscheinlich es geht doch nicht mehr naja eigentlich nicht es wurde rausgenommen das war ja oh mein gott ja jetzt ist er gott sei dank rausgegangen wie gleich alle zombies auf mich kommen oh mein gott junge kann man aber alles noch fresh erstmal sammeln ja du weißt ja wie schon dabei kommt sowieso alle zu dir ich brauche nur muni für die kommando okay da ist muni in latner guten tag moin moin super das habe ich nicht nachgeladen ich hab dir gesagt wir sind ja immer noch im dings ey ja wie sollen wir uns denn sonst verstehen ja wir hätten es eigentlich schlimmer machen können aber egal passt schon alles fresh bei dir kannst du dir mal meine zombies in ruhe lassen zu haben wie viel du hast zum glück habe ich es zum glück habe ich es ich habe es du bist das mit deinem scheiß geläge jungen du lägst hallo was willst du alles mit deinem lang jungen jetzt die eier ja lass die pornos in ruhe da nix doch nicht ich brauche keine nein nein alter junge atombombe ich will auf jeden fall jetzt mal über 28 kommen du hast schon eine hessische frasse wer der zombie ich will über 28 kommen jetzt schaffen wir das wenn ich wenn ich bock habe ja willst du wollen junge ist es jetzt dein ernst ich glaube nicht kann dass ich dir helfen kann ja es hat geleckt das mit dieser leitung hier das regt mich so auf ohne scheiß ich versuche dir trotzdem noch zu helfen obwohl ich nicht glaube dass ich das schaffe halte ich bereit dass man in diesem modus kein affen oder so werfen kann ist fakt voll ab ja wo bist du ja wo bist du ja ich bin in diesem umkleidet den raum hier ja warte mal naja ich wäre draufgegangen ich hätte durchgegangen ja klubst du mir wenigstens zu ja ja was bleibt mir denn anders übrig ich guck weg weiß ich mach meine hand davor ja guckst du lieber die wand an ne ich guck weg ja ich kann auch den bildschirm ausmachen so jetzt habe ich ihn ausgemacht jetzt höchst ne ich guck weg ja was soll ich denn machen ich weiß nicht boah ey boah wie viele zombies denn hier noch vom jungen weißt du den trick hat auch nur sehr wie von mir hier ja ist klar hast du auch noch ne laberst schon viel wenn er tag lang ist ne ja hoffentlich verreckst am bodenkrebs ja wenn er tag lang ist muss ich ja irgendwie reden ne das ist doch ein scheiße ich laber kein scheiße ja da lacht er ne ja soll ich weinen oder was ja 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 drüber kann man nur lachen ne leider nicht oh jetzt hört er mal auf zu spawnen ne